Die Kleinen werden dich sofort einführen, aber du musst ihr Beschützer sein. Komm, Mr. Bubbles! Komm, Mr. Bubbles! Komm, Mr. Bubbles! Ich bin soweit! Gehen wir, Mr. Bubbles! 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 Ich bin soweit! 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 Komm, gehen wir! Ha, ha, ha! Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind habe ich dich eingelegt! Gehen wir, Mr. Bubbles! Gehen wir, Mr. Bubbles. 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 Er sieht traurig aus, Mr. B. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Ich bin so weit. Das war ein schöner Engel, Mr. B. Er hat nicht den... Adam sammeln ist toll. Es macht mich zu was ganz Besonderem. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich sehe Adam, Mr. B. Komm, gehen wir. Der Engel da sieht alles, als ob er toll ist. Komm, Mr. Bubbles. Ja, hol schon, ne? Ich bin so weit. Komm, gehen wir. Ich bin so weit. Nein, deine Schalltrasse. Schnepp ihn dir, Mr. B. Schnepp ihn dir, Mr. B. Komm, Mr. Bubbles. Komm, Mr. Bubbles. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich bin so weit. Oh, Mr. B. Sie liegt vor. Die Ernte wird bestimmt die Splice herlocken. Komm, Mr. Bubbles. Die Ernte wird bestimmt die Splice herlocken. Der Engel da sieht alles aus dem Entfernen. Gehen wir, Mr. Babbel. Geh! Fuck, du hast ihn. Komm, geh hier! Lass kommen. Geh! Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Gehen wir, Mr. Babbel. Er sieht traurig aus, Mr. B. Ich bin soweit. Gehen wir, Mr. Babbel. Komm, Mr. Babbel. Komm, Mr. Babbel. Ich bin soweit. Gehen wir, Mr. Babbel. Wir alle haben recht. Fils auf! Ich bin soweit. Ich bin soweit. Komm, Mr. Babbel. Mach ihn kaputt. Okay, das ist der Weg. Ich bin soweit. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, gehen wir! Gehen wir, Mr. Bubbles! Ich bin soweit! Ich bin soweit! Ich bin soweit! Komm, Mr. Bubbles! Ich bin soweit! 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 Das war's für heute. Ich kann mich nur erinnern, wie diese Frau und ich nicht in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben, warst du höchstens zwei Jahre alt. Ja, ja, du warst mein Hass im Ärmel, aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleine, manches im Leben tut einen Hörweg. Los, geh jetzt! Stich mit der Nadel zu! Komm schon, Kleiner! Du willst es schnell nicht wissen, na? Ja! Aaaaaaaaah! Wiesstraszul, Preahat! Es kiegtig! Aaaah! Noo! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Es kiegtig, Misal! Das war's für heute. Keine Verschnaufpause, dann bereite ich dich nicht, um dir allein zu. Hier ist das, Mutler! Du gehst zurück, den Gerät aus dieser Welt! Ich habe jeder in der Pläge, die ihn zu schützen, der nicht neue Kräfte sammelt. Ich muss mich nicht bepalen. Du gehst zurück! Du gehst zurück! Ich habe nie wieder versorgen, um deinen Hör zu kümmern! Das war's für heute. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und mir in den Kopf betoniert habe. Also... Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, was man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020